Genaues Ansehen und auch Ausprobieren muss bei, Bares für Rares, sein. Diesmal aber sieht es aus, als hätten die Händler und Händlerinnen das Rad ein wenig überdreht. Ob ihnen das Glück holt sein würde? Sabine und Thomas brachten einen alten Geldspielautomaten zu, Bares für Rares. Zunächst funktionierte er noch, später im Händlerraum schien Fortuna jedoch von dannen gegangen zu sein. Die Händler und Händlerinnen fummelten eigenmächtig an dem hakenden Gerät herum und sorgten so für einen Schreckmoment im Studio. Zunächst aber zur Herkunft des Automaten. Das Paar erhielt ihn als Dank von einer Freundin, der es beim Ausräumen eines geerbten Hauses geholfen hatte. Der Lohn war dieses Spielgerät, das Sabine und Thomas sofort zu, Bares für Rares, bringen wollten. Da ist kein Kabel dran, was mir große Freude macht, strahlte Horst Lichter, und Sven Deutschmanek gab ihm Recht. Das ist ein rein mechanisches Gerät aus den Anfängen von den Wandautomaten, die wir aus Kneipen kennen. Bares für Rares, Schreckmoment im Händlerraum Tatsächlich Das Produktionsjahr lag einige Zeit zurück. Der sogenannte Beromat der Firma Wolf Apparatebau GmbH wurde 1955 hergestellt. Ein Indiz für das Entstehungsjahr ließ sich unter anderem aus der Prüfplakette herauslesen. Spielgeräte dürfen nur eine bestimmte Zeit betrieben werden, erläuterte der Experte, dann brauchen sie eine neue Plakette. Man erkannte deutlich, dass dieser Automat eine Gültigkeit bis 31. März 1958 hatte, dass das sogenannte Dreiwalzengerät funktionstüchtig war, bewies Deutschmanek direkt am Objekt. Er warf eine Münze rein, betätige den Arm und drückte den Starterknopf. Alles bestens Der einzige kleine Makel Es gab ein paar Furnierrisse Bei seiner Expertise kam Sven Deutschmanek auf 300 bis 400 Euro. Der Wunschpreis lag nur bei 250 Euro. Das Glück schien den richtigen Weg einzuschlagen. Auch die Händler waren angetan von dem dekorativen Gerät. Das ist schön, hörte man Josef van Katweig staunen. Er probierte es gleich mal aus. Hast du gewonnen oder soll ich noch mal drehen? Fabian Karl half ein wenig nach und bediente das Gerät von Hand. Auf der Rückseite konnte man manuell an den Zahlen drehen. Denn eine Rolle schien zu haken. Als die noch Besitzer den Raum betraten, stieg Josef van Katweig ins Gespräch ein mit den Worten Eine Rolle ist ja schon defekt. Eigentlich nicht, reagierte Sabine irritiert. Hatten die Händler das Gerät beim Probieren zerstört? Oh! Reagierte der Niederländer mit schlechtem Gewissen. Wir haben es zwei-, dreimal probiert. Und es ging nicht. Habt ihr's kaputt gemacht? fragte Sabine, nahm den Händlern aber sogleich die Anspannung, dass man mit der Startertaste in der Mitte die erste Rolle separat stoppen konnte, konnte ihr Mann zur Beruhigung erläutern. Da fiel Josef van Katweig und Fabian Karl ein Stein vom Herzen. Auch beim Bieten waren sie es, die sich einen Wettstreit lieferten. Josef van Katweig saß am längeren Hebel und gewann gegen Fabian Karl. Der einarmige Bandit ging für 500 Euro, also den doppelten Wunschpreis, an ihn. Bares für Rares, Susanne Steiger schlägt für 7700 Euro zu. Deutlich filigraner war das nächste Objekt der jüngsten, Bares für Rares. Ausgabe Die kleine Büste aus Alabaster, die aus der Zeit um 1900 stammte, war laut Colmer schulte Goals 180 bis 200 Euro wert. Für 200 Euro wechselte das antike Objekt den Besitzer und erfreute nun Sarah Schreiber. Einen echten Goldschatz präsentierten die nächsten Kandidaten. Das Zigarettenet wie von Cartier schaffte es bei der Expertise von Wendela Hortz auf den stolzen Schätzpreis von 6500 bis 7000 Euro. Auch die Händler waren Feuer und Flamme. Das in Paris ersteigerte Schätzchen aus 750er Gold ging für 7700 Euro an Susanne Steiger. Deutlich weniger wertvoll, dafür massiv war das Objekt, das Hubert und Hans-Peter dabei hatten. Für die gusseiserne Tischwaage aus Amsterdam berechnete Sven Deutschmanek einen Wert von 80 bis 120 Euro. Joes van Katwijk war es, der den größten Gefallen an der Jugendstilwaage der Marke Seeker fand. Für das Gerät aus den Jahren 1905 bis 1910 zahlte er 120 Euro. Zum Abschluss der Sendung wurde es noch einmal künstlerisch. Jens stellte vier Acrylarbeiten vor, die er einst von der Künstlerin Hila Jablonski höchstpersönlich bekommen hatte. Kolmar Schulte-Gohls schätzte das Konvolut auf 1200 bis 1600 Euro. Die vier Bilder mit sogenannter informeller Kunst, die dem Betrachter die Interpretation des Gesehenen überlässt, konnte im Händlerraum die Erwartungen nicht ganz erfüllen. Fabian Kahl gab dafür aber immerhin 730 Euro. Tsch 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 Vielen Dank.